Was ist denn los? Soll das ein Witz sein? Er braucht damit! Schild im Einsatz! Nichts, wir fahren! Jetzt geht's los! Wirklich? Auch bitte! Ich glaub, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Also schön ruhig, Kumpel! Sündikate Corn und Gehl ... Aber die Pikes sind eine Familie. Wir bleiben standhaft. Ja, 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 ja. Irgendeine Ahnung, wonach ich hier suche? Wenn die Pikes auf manipulierte Rennen setzen, müssen die Sieger irgendwo aufgeschrieben sein. Such nach einem Datenblock. Die Pikes haben sich also in dieser alten Ruine eingenistet. Ziemlich abgelegen. Das ist gut, ich mag, Susanne. Was soll das? Alles klar, ihr seid so richtig sauer. Echt jetzt?! Ah! Okay. What's up? Walk them out. I think I thought they'd be right. Huh! Take care. I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. I'm not. I'm not. Fünf Jahre und das ist mein Lohn? Was meint ihr, was das ist? Was willst du denn? Ich bin weiter! Oh, okay, ich denke, es geht gut. Ein weiterer Tag. Ich bin weiterer Tag. Los, Nix! Die sind hinter uns her! Oh! 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 Das war's für heute. Ich bin ein Witzig. Ich bin ein Witzig. Ich bin ein Witzig. Haben Sie? Was ist das? Ja, Agent. Ich mag die Rebellen. Verzweifelte, verblödete Idealisten. Sie glauben, dass meine Kommission kommt und jeden im Vorrat einfach nicht drohen. Nochmal darf ich nicht versagen. Nix, es ist Showtime. Wer hört das irgendwem? Die Verhaut sich besser auf. Die Verhaut sich besser auf. Na gut, Max. Hol sie dir. Ich mach das hier nur vorübergehend. Zum Angriff, Nix. Ich mach das hier nur vorübergehend. Was? Benutzt du Alins Tipps nicht? Er bezahlt die Jockeys nicht ohne Grund. Er arbeitet für das Casino. Wie kannst du ihm trauen? Er weiß, was passiert, wenn er uns hintergeht. Hm. Die nächsten Tipps wie die Rennen sind wohl gerade angekommen. Der Datenblock von Kanto wird irgendwo bei der Landeplattform sein. Ich werde das nicht mein Leben lang machen. Ja. Ist das hier wirklich nötig? Ja. 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 Na gut. Ja. 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 Joach. Zeit verschwässend Mack. Nix, fass! Wir haben, was wir brauchen! Gehen wir nix. Hm, bevor ich mich bei Surat melde, sollte ich vielleicht überprüfen, ob die Infos zum nächsten Rennen nützlich sind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Damit kann ich arbeiten. Es tut mir leid, okay? Okay? Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Jetzt wird's laut nix. Jetzt wird's laut nix. Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Was ist das? Ich komm nicht durch den Trenz! Da ist ein Schild im Weg! Zeit für die nächste Show! Dann komm doch her! Noch hast du nicht gewonnen! Dann komm doch her! Jetzt kommt noch her! Nicht gut, Kay. Ein Jagdrupp ist hinter dir her. Rollen wir mal ein bisschen auf. Das war's. Leichtes Spiel. Ja! Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puh, alles wieder gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020